Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1 Racer! Ich denke, wir sind hier gerade dabei, uns durch die dritte Liga oder beziehungsweise durch die dritte Runde zu arbeiten und ich habe ordentliches an Geld zusammen, allerdings nicht genug hierfür. Schade, schade. Ich würde halt noch ganz gerne an meiner Beschleunigung arbeiten, aber das kostet alles viel zu viel. Dann verpissere ich doch am besten einfach mal meine Kurvenlage. Das muss reichen. So, mal gucken, ob hier auch wieder die Abkürzung durchs... Ja, es ist sogar angezeigt. Cool. Ne, sie ist angezeigt, aber sie existiert nicht. Wixiru! Da muss ich irgendwas übersehen haben. Gott, aber wie krass der jetzt reagiert beim Lenken. Fuck, 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 fuck. Da muss ich übelst aufpassen. Einmal in die Richtung angetippt und ich lande in der Wand. Oh, oh! Ob ich den ersten noch mal hinhole? Ich glaube nicht. Hey! Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ja, es reicht. Nein! Ah, da habe ich ein bisschen verschätzt mit der Perspektive. Oh, hier geht es diesmal runter. Das ist eine ganz blöde Perspektive. Gott, wo geht es denn hier hin? Okay, also Linz scheint schneller gewesen zu sein. Also das, wo die lang gefahren sind, das links. Oh, hier geht's! Es gibt einen neuenь, nach links. incrementpadrando- Gut, erster. Jetzt ist noch die Frage, ob ich das bleiben kann. So wie ich gerade fahre, wahrscheinlich ähnlich. Ich fand das hui gerade irgendwie lustig. Oh, fuck. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da so stark auf die Bahn ging, die eine Markierung. Okay, nach links. Ja, scheint kürzer. Ah! Ich dachte, ich hätte gedrückt. Aber ich wollte doch einen Augenblick zu langsam reagieren. Na gut, das ist auch relativ spät jetzt gerade. Bin etwas übermüdet. Das war knapp. Oh! Ah! Ich wo! Reicht wieder nicht. Verdammt. Okay. Ich bin so gespannt, ob mein Codec, mit dem ich hier arbeite, das überhaupt gebacken kriegt, so schnell wie das alles hier flackert und die sich kleine Flächen bewegen. Und Sieg. Ganz schöner Unterschied zur ersten Runde. Naja, es hat funktioniert. Na, und jetzt habe ich hier drei Auge auch freigeschalten. Klingt nicht nett. Mache ich das jetzt gleich oder gucke ich erst noch, ob ich mir was leisten kann? Ich glaube, ich kann mir eh nichts leisten, weil ich ja gerade hier verbesserte Lenkung geholt habe. Na gut. Okay, Audi Madrell ist hier der Chef. Der ist eh schon freigeschalten. Da holen wir uns nichts Neues. Dann geht es direkt mal los. Holla, den flitze ich aber ganz schön davon. Ah, hier kann man glaube ich an der Seite runterrutschen, auf die untere Spur oder so. Ja, kann man. Uuuuh, ich bin nicht nett. Runter? Ja. Ja. Ah, da könnte man bestimmt auch obendrauf landen, oder? Das wügt ihr jetzt zumindest so. Allerdings darf man sie dann natürlich überhaupt nicht verkacken. Oh, verdammt. Uuuuh, scheiße. Und nächster Crash vorprogrammiert, oder? Ne. Ha! Ich habe den doch nur leicht gestupst. Warum hat es uns zerfetzt? Was? Was war das? Warum? Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ich dachte ernsthaft, da gäbe es irgendwo einen Mittelweg. Aber nein. Oh, da hat es wieder nicht gereicht. Okay, das kann ich eigentlich. Ja, ich starte es wieder neu. Das ist glaube ich sonst verschwendete Zeit. Gibt keine Chance mehr, das noch aufzuholen. Mal schauen, ob es mich hier wieder zerlegt, ohne Grund. Ich meine, ich hätte es ja verstanden, wenn ich runtergefallen wäre, aber... Hm. 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 Sollen wir jetzt bloß nirgendwo an den Ecken? Nee. Kommt man nicht hier hoch. Nicht ausreichend Schwung. Okay, das lief auf jeden Fall schon mal besser. Okay. Das kriege ich auch langsam hin. Na, ach, verdammt. Hatte ich mich gerade zu sehr auf diese Pfeiler verlassen. Ganz vergessen, dass da noch ein kleiner Unterschied zum Geländer ist. Die holen auf. Die holen echt böse auf. Ach, verdammt. Hm. Hatte gehofft, man käme da irgendwie wieder hoch, aber... Keine Chance. Meine Finger werden langsam schwitzig. Ich bin gerade voll von der Tasse abgerutscht. Fuck, 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 fuck. Oh, das muss ich wieder reinholen. Das muss ich wieder reinholen. Mal schauen, ob ich das beibehalten kann. Ich versuche mal, hier lang zu fahren. Okay. Hat auch nicht bis hoch gereicht, aber... Da musst du wenigstens nicht vom Gas gehen, wenn du runter willst. Ich glaube, das Ding gehört mir. Jawoll. Okay. Ja. Gutes Rennen. Schon wieder dieser scheiß Planet. Ich habe keinen Bock. Wen haben wir da? Äh, Ip, Endocot. Der ist auch schon frei. Ich schaue mal hier vorbei. You break, you buy, eh? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Hm, Acceleration. Ja, ja. Ja, ja. You think you gonna beat Sebulba with that podres of yours? Ah. Mal gucken. You come back, eh? Einmal zu mitnehmen, bitte. 9600, 6200. 4000. Halt's Maul. 4800 für einen Dual 32 PCX. Das ist derselbe. Kostet ein bisschen weniger. Dann nehme ich den. Jetzt habe ich natürlich keine Kohle mehr. Traktion. Ist auf jeden Fall mit dem Kandidat. oder halt Acceleration irgendwann mal. Max Speed ist sowieso klar. Bremsen könnte ich irgendwann mal neue kaufen. 13.000 Dollar. Naja. Mal schauen, ob ich das gebacken kriege. Die letzte Performance auf dem Planeten war ja ein bisschen peinlich. Okay, der Anfang ist wie beim ursprünglichen Track. Ah, ich glaube, das ist der, den ich im Video gesehen habe. Fuck. Alles klar. Ne, das ist dann doch ein anderes gewesen. Oder ich habe einfach nur kein Erinnerungsvermögen mehr. Es sah aus, als gäbe es auch einen Weg unten lang, oder? Ja, genau. Verdammt. Äh, scheiße. Oh, und dann kommt auch schon der erste Verfolger. Also ansonsten gefällt mir die Strecke bisher. Aber der Abschnitt hier, der ging mir ja schon letztes Mal auf den Piss. Vielleicht kann ich jetzt wenigstens die Abkürzung benutzen. Hehe. Hm, die sieht nicht sonderlich nutzbar aus. Das wäre aber eine gewesen. Verdammt. Habe, Leute. Ach. Habe, Habe! Aare! Oh, Mann. Das wird gerade so stressig, ich kriege keinen Wirt raus. Oder zumindest. Nicht sinnvolles. Verdammt, 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 verdammt. Genau, hier ging es dann erstmal runter. Dann kommt, glaube ich, gleich der Wasserfall. Jetzt dieses Elende hin und her, wo ich übelst bremsen muss. Und dann dürfte es, glaube ich, demnächst zum Vulkan gehen, oder? Na, warum erkenne ich das erst so spät? Okay, nehmen wir diesmal den rechten Weg. Links diesmal. So viel dazu. Auf jeden Fall besser durchgekommen gerade. Und jetzt kommt wieder der Schwachsinn. Ah, Hilfe. Na gut, der Abstand ist noch groß genug. Ah, da ist jetzt gerade was frei geworden. Na gut, nächste Runde. Ja, da ist jetzt schon mal gut. Oh, Tatsache? Ja gut, ja klar, ich bin diesmal nicht in der Lava gecrashed. Entschuldigung. Ich brülle hier immer so gegen die Spiellautstärke an, dass meine Kiehle inzwischen komplett aufgekratzt ist. Und bremsen, und bremsen, und bremsen, und lenken, und noch mehr bremsen, und noch mehr lenken. Wenigstens ist das jetzt die letzte Runde. So, diesmal rechtzeitig gesehen. Gut, gut, gut. Ja? Verdammt, 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 verdammt. What the hell? War da gerade eine Rampe aus der Lava raus? Konnte man da eventuell irgendwie auf eine Abkürzung springen oder so? Kann ich mir gerade nicht vorstellen. So, Abkürzung ist frei. Schön. Schön. So, und nur noch das Ding nach Hause fahren. Jawoll. Na, fein. Dann fehlt nur noch das Boonja Classic. Also das aus Episode 1. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Stay frosty. So, dass ich nicht einquer hintere ab. Okay. kinder des Boonja nossos Kopf und hoffen. ibejon. Darunter. Vielen Dank.